So, äh, wieso bin ich schon wieder tot? Das hat mir so viel Schaden gemacht. Na egal, ich fange wieder hier an, ich habe drei Herzen. Noch ist alles in Ordnung, noch muss ich nicht verzweifeln, es ist jetzt auch nicht so schwer wie Cave Story. Dann zumindest in den Sacred Grounds oder so, aber vielleicht kommt das ja noch später, na toll. Vorbei, wenn ich dann hier auch mehr Herzen habe, denke ich mal, wird das Ganze auch einfacher und sterbt nicht mehr so viel. So, 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 ich bin wieder da. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. So, äh, genug der schlechten Zangeinlagen. Gehe hier nach rechts, bitte, danke. Und du stirbst auch, wenigstens sind die Gegner, die ich ja schon besiegt habe, auch nicht wieder da. Das ist auch von großem Vorteil. Das kann nur gut für mich sein. Moment, den traue ich nicht, dem Einhorn Drachen. Schieß, 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 danke. So, ah, der war ja klar, war ja so klar. Nee. Na, immerhin kriege ich Herzen, das ist eine kleine Entschädigung. Das Spiel weiß also, dass es sich hier ein wenig blöd verhält. Noch ein Herz, okay. Äh, jetzt wären wir mal gerade Edelsteine lieber. Weißt du, weil ich schon volle Herzen habe. Okay, ein Fisch, ein Wop-Squid und zwei Schnecken. Das können wir uns da auch noch merken. Das ist doch bestimmt hier jetzt gleich irgendwo... Genau, hier. Ein Fisch, ein Wop-Squid und zwei Schnecken, ne? So, nein, nicht den oberen. Nein, nicht den... Okay, nochmal. So. Fisch, Wop-Squid. Moment, ich mache erst die unteren. Dann kann ich nämlich, falls ich die oberen treffe, die einfach nochmal machen. Eine Schnecke, okay. Jetzt muss ich... Toll, jetzt habe ich den nochmal getroffen. Dann machen wir es halt so. So, das Fisch. Nein. So, eine Schnecke. Moment, das ist schon ein Wop-Squid. Also nur noch hier den Fisch. Und dann, jawohl, ein Schlüssel. Er ist runtergefallen. Was? Ich gucke erst mal, was hier noch so ist. Eine Vase. Mit Edelsteinen. Gut, gut. 200 fast schon. Wir brauchen noch 100 mehr und dann können wir uns den Spin-Jump leisten. Wow, wow. Okay. Ein Schlüssel. You found a key. Wunderbar, wunderbar. Ja, das heißt, genau, ich muss jetzt hier wieder nach rechts und dann war da unten ja irgendwo das Tor, wo ich dann gestorben bin. Wow. Beziehungsweise, wo ich so viel Leben verloren habe. Hm. Herz, Herz. Ja, jetzt werde ich auf einmal mit Herzen zugeschmissen hier. Vorher, wo ich die brauchte, habe ich keine bekommen. Und jetzt, wo ich keine brauche, kriege ich lauter Herzen. Es ist klar. Aber das ist ja irgendwie immer so. Von daher... Aua. Nein. Du... Hm. Hm, 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 hm. Stopp. Da oben war noch... Da oben noch eine Vase. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich gehe hier mal nachgucken. Ja, da war noch eine Vase. Lass mich raten. Großes Herz. Nein. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Das war schon super. Aber... Diesmal warte ich ab. Komm her. Komm her. Komm her. Na, komm. Ah, nein. Falsche Taste. Ah. Hm. Moment. Wenn er kommt, dann müsste ich das eigentlich sehen. So. Getroffen. Nein, er hat mich getroffen. Nee. Da rechts ist auch nichts mehr. Okay, stimmt. Da war nur der Warpsquid. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Vase. Ich weiß nicht, ob ich das gegnerische Vieh schon besiegt habe. Aber sieht so aus. Okay, gut. Nein. Na, äh. Na, egal. Was soll's. Ich mache einfach weiter. Hüpf und hüpf. Und hier war... Genau, hier war das. Die blöde Stelle. Okay, aber gemeistert. Wunderbar, wunderbar. Und du stirbst auch. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ähm. Hüpf. Herr, ihr... Hüpf. Oh, nee. Oh, nee. Das ist doch blöd. Herz. Okay. Okay. Ich kriege doch noch Herz ein, wenn ich sie brauche. Das ist schon mal... Aua. Sehr gut. Ich könnte mich natürlich auch etwas intelligenter anstellen. Hallo? Du sollst dich bitte drucken. Danke. Ist alles die Steuerung schuld. Ist... Bäh. Nicht meine Schuld. So. Moment. Ich möchte ihn da unten noch besiegen. Vielleicht... Vielleicht fügt er mir Schaden zu und droppt mir nichts. Aua. Ja, das war unter Umständen dumm. Hm. Vielleicht. Nein, das war nicht dumm. Das war... Das war, ähm... Ähm... Alles geplant. Ja. Genau. Alles geplant hier. Ich mache... Das sind alle Tode, die bisher gestorben sind. Die folgen nur einem höheren Ziel. Und zwar, ähm... Es für euch unterhaltsamer zu machen. Genau. 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 Das... Oh, Entschuldigung. Ich muss mal eben... So. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ich konnte das Wust nicht mehr zurückhalten. Moment. Wie mache ich euch? Für euch habe ich noch keine Kombination herausgefunden. Denn... Aua. 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 Du blödes Mistvieh. Komm her. Du hast uns zweimal getroffen. Das kann ich dir nur übel nehmen. Na. Naja, was soll's. So. Das sieht böse aus. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Das ist in der Tat böse. Diese Mistviecher. Hey. Und zusammen in Verbindung mit den weißen Würmern. Was war das? Ich glaube, das Tor ist runtergegangen. Noch ein Schlüssel. Ähm. Ähm. Ja, gut. Wir kriegen da unten hier unten aus der Säule den Schlüssel. Aber irgendwie fehlt mir eine Kombination dafür. Oder muss ich... Okay, da komme ich auch nicht mehr raus. Ich musste hier irgendwo einen Hinweis geben, oder? Oder ist das die Kombination von dem anderen Dreierding, das wir vorher hatten? Da weiß ich die leider nicht mehr. Ich meine doch, das war... Das war der Squid und dann zwei Fische, wenn ich mich richtig erinnere. Was zum... Was zum Henker? Ähm. Äh. Soll das so sein? Dass der Ende kaputt ist? Okay, dann... Gucke ich mal. Kann ich jetzt verschiedene Kombinationen ausprobieren? Schnecke und die ganzen Sachen anscheinend kein Erfolg. Okay, dann machen wir mal da unten Fisch und dann... Schnecke. Fisch. Das ist gut, okay. Dann machen wir unten Squid und Schnecke funktioniert nicht. Fisch funktioniert nicht. Squid? Nein. Nein, 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 nein. Ähm. Leute. Leute. Was zum Henker soll ich jetzt machen? Ich meine, das obere Ding ist abgefallen. Das ist irgendwie... Wie soll das so sein? Muss ich tanzen? Dumm, 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 dumm. Äh. Nein. Oh, ach so. Ich dachte gerade, hä, was war das? Aber das war nur mein Item, das ich verschwendet habe. Ich rüste mal keins aus, so. Dann kann ich es auch nicht verschwenden. Gehen wir nochmal hoch, vielleicht... Du Mistvieh. Du blödes Elektro-Foyer. So. Bevor du... Oh, das war knapp. Los. Mach deinen Psst und dann können wir drüber... Hupf und hupf. Hupf, jetzt ist es auf. Okay, das ist sehr seltsam. Ich habe das Ding kaputt gemacht, jetzt kam ich hier durch. Naja, was soll's. Oh, du schon wieder. Haha, haha. Okay, immer wenn das Auge... Aua. Immer wenn das Auge so halb zu ist, dann... Okay, wenn das offen ist, dann blockt er. Und wenn das zu ist, dann kann ich ihn... Aua. Verletzen, du blödes Mistvieh. Hallo, was soll denn der Blödsinn? Ich fürchte, ich muss nochmal ein Item einsetzen. Dann habe ich es auch nicht umsonst gekauft und verschwende es die ganze Zeit. Nein, ich sterbe lieber. Komm. Ja, weich aus. Komm, friss das. Hallo. Es aktiviert sich nicht. Wow. Wow, das war schnell. Eintreff, ein Tod. Ein Tod. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, die Rätsel hier sind schon... Hm, nicht übel. Das ist schon direkt im ersten Dungeon, das dann so variiert wird, dass dann kommt... Ja, du musst es kaputt machen, da geht dein Tor auf. Das finde ich ziemlich gut. Und ich wette, hier oben ist noch irgendwas, aber da komme ich wieder nicht... ...hin. Ne, ist nicht egal. Ich habe einen Schlüssel, ich kann die blöde Tür aufmachen. Und das werde ich jetzt auch tun. Wenn mich der Wurm dann lässt, der lässt mich. Juhu. Juhu. Was haben wir hier drin? Edelsteine. Gut, gut. Edelsteine können wir immer gebrauchen. Was ist da drin? Ein großer Edelstein. Ich komme nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Nein, nein. Ich will da hoch. Oh. Oh, nö. Oh, nö. Das wollte ich haben. Aber da komme ich echt nicht hoch. Hüpf. Geht nicht. Äh, den will ich auch haben. Egal. Ich merke das mal. Fisch. Schneckefisch. Okay. Das sollte zu merken sein. Da geht es bestimmt runter. Ja, ich wusste es. Ich wusste es doch. Das sah viel zu auffällig aus. Und dann geht es hier rechts wieder runter. Äh, wo bin ich gelandet? Hm. Interessant. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Hm. Ich will wieder hoch. Ich will wissen, was da noch rechts war. Wo ich nicht lang gegangen bin, weil ich erst runtergefallen bin. Aua. Stirb. Oh, komm schon. Lass dich treffen. Oh, langsam wird es langweilig. Ah, da geht es wieder runter. Hü. Stirb. Aber ich möchte erst hier rüber, denn da sind noch Vasen. Oh ja, dafür kriege ich das große. Ich habe gleich 300. Noch 44. Wir sind wieder hier. Okay. Moment. Das war Fisch. Schneckefisch, ne? Aber ich denke mal, damit ist nicht das hier gemeint. So. Fisch. Squid. Also Schneckefisch. Und jetzt fehlt natürlich das obere. Ah. Okay. Ich gehe nochmal da hoch, weil da war ja noch die... Nach rechts bin ich ja nicht gegangen. Du blödes Mistvieh. Hallo. Lässt uns mal. Hm. Hm.